Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session hier zu Rainbow Six Siege, äh, Mann, das war scheiße, keine Wahl von vorne. Call of Duty Black Ops 3! Ja, mach nochmal. Schass drauf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Mit dabei sind der Zyrog, äh, Fairplay. Alter, das war richtig scheiße. Der Swiss in der Mono. Und natürlich hat jeder. Der P. ist auch schon. P. ist immer dabei. Da die Masifati. Haben wir nicht alle ein bisschen P. da in uns? Okay, Fans. Wägelchen! Wägelchen, Masik! Ich hab eins. Nice. Wägelchen killen. Wägelchen! Das ist Mono Special. Stimmt. Ich hab noch eins. Weiß Peter. Eins ist weg. So. Noch eins. Noch eins weg. Ich hab noch eins gefunden, oder? Nice. Ja, Junge, ich hab drei Wägelchen gemacht. Was tut's eigentlich? Junge, ich hab's Wägelchen gemacht. Ja, Mann! Äh, die Wand müssen wir, glaub ich, noch mal verstärken, ne? Ja. Ich bunker mich hier ein. Oh, ich bin... Oh, ich hab gar kein mehr Shit. Äh, Kameras? Es ist, äh... Ja? Äh, ich komm mit raus. Warte, lass mich hier noch mal, ich will raus. Sorry, ich muss noch mal aufmachen. Äh, Scheiße, Scheiße! Warum bist du hier im Fenster offen? Vermutlich, ich bin geflasht, mein Krieger. Ähm, aua, warum ist das... Warum ist der Schrank vor uns weg? Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt. Warum ist der Schrank weg? Achtung, Swiss, links von dir. Alles klar. Die Ruhe in Person. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar, okay. Ähm, sie sind auch im Nachbarzimmer drin. Nachbarzimmer? Und ich war ziemlich schnell tot. Zwei Leute. Ja, da bin ich. Da im Schlafzimmer. Im Badezimmer sind sie auch, da bin ich. Ja, mach das Fum, Fum, Fum. Fum, 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 ist nicht gut. Gut. Warte, ich hab eventuell auf Kameras eben welche... Was? Mit der Pistole. Alte, hat er da oben drüber geguckt, oder was? Der Wichser. Das gibt's ja gar nicht. Hat der mein Köpfchen gesehen? Jetzt ist die Kamera im Arsch. Oh nütz. Das war ohne nütz. Die wichtigste Kamera, die es noch gab. Gut. Das kann nicht wahr sein. Ja. Das war wunderschön. Oh, scheiße. Den kriegst du noch. Das kann nicht wahr sein. Ich kann doch nicht auf zwei Typen gleichzeitig achten, die von links und von rechts kommen. Wie soll das denn gehen? Fuck. Schade. Das war tatsächlich auch geil. Hab ich geschaltet bei der Oma an der Handkirche. Einen hab ich noch weggemacht. Das war schon mal nix. Die Runde laden wir nicht hoch. Doch, doch. So, jetzt kommen wir an. Alles. Mit der kompletten Anmoderation. Unfärschön. Ja, die war scheiße. Mit sämtlichen Es und Os. Klar. Mit dem, äh... Gegen die Perfektion, die die Realität. Hättest du wenigstens gesagt mit dem Peder. Wäre alles gut gewesen. Ja, das... Nicht mal Peder fällt dir ein. Was ist los mit dir, Mann? Schäme dich. Ich weiß auch nicht, was los war. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ich weiß noch nicht, mach ich mir nur einen Kanal, wo ich direkt neu anfange. Einer ist aus dem Keller hochgekommen. Oder schweiß ich euch ein. Zwei sind aus dem Keller hochgekommen. Ja, die sind gejammt. Im Keller, definitiv. Und im Keller. Ja, bin down. Der ist das... Der hatte so Elektrophäische Dinge. Ach, dann. Das ist aber nicht der Keller, oder? Da kommen wir ja richtig vorbei. Das da jetzt ist der Keller. Rechtsrum sind sie. Da sind Gemma, Vorsicht. Nein, kommen wir nicht runter, ne? Ich versuche mir noch eine nette Position zu suchen, wo man eventuell noch was sehen kann. Und nicht unbedingt auffällt. Oh, zu spät. Oh, die ersten Runden haben so gut angefangen. Geisel entdeckt. Schäme, kalt. Da stehe ich, glaube ich, ganz okay. Könnte man noch mal was sehen. Kram aus. Mono-Qualitätseffensiv für 2020. Hier ist eine Kamera. Joop, ist sie weg? Ist kaputt. Ist sie weg? Ich mache hier ein Loch rein. Ist das okay? Ihr wisst, wie das geht, ne? Fenster auf. Geisel raus. Fertig. Ich füße mich. Ja, ich füße mich. Hier ein Loch. Ja, hier ein Loch. Ich gucke durch. Ich gucke durch. Mach Fotos durchfällig. Da hinterher ist der Reinforcete Wand. Reinforcete Wand? Das ist eine Booby-Trip. Nein, habe ich weg. Da sind da... Ach, ich kann schon wieder nicht markieren. Musst du Y-Land los. Ja, mache ich. Ich gucke sogar auf die Tastatur. Es ist das Y-Land. Huuuuh. So, es bringt er attraktiviert. Warm, warm. Okay, dann sind wir wahrscheinlich... Heißmoor. Wunderbar, den hatte ich mal angehittet. Da habe ich auf jeden Fall gerade... Ich bin verletzt. Jetzt bin ich down. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Wo war das? Wo war das? Links in der Tür stand er. Und da, äh... Nice, der ist weg. Der ist weg. Ich glaube bei mir, ich kriege gleich Stress hier. Kriege gleich Stress, Flustel. Geil jetzt mal auf mit dem Elektrozeugs. Du wurdest entdeckt. Wo ist denn hier die Kamera? Na, dann lassen wir uns mal nicht von ab. Doch, da ist sie. Ach, das war Müll. Ähm, mit dem Ash kann man keine verstärkten Wände aufmachen, oder? Doch. Also, die Kassel kann sie aufmachen, ja. Also, hier ist keiner. Nenn ich nicht die Kassel-Türen, ich meine wirklich verstärkte Wände, die jeder hochziehen kann. Nee, die nicht, die nicht, die nicht. Die kann man nur mit dem Thermite, ne? Richtig. Ich bin Thermite. Hier, hier, hier. Ich bin bei dem. Scheiße, ich bin down. Ich bin Thermite. Also, ich bin richtig. Da ist in der Mitte aber auch nicht verstärkt. Bin nur zu Dome. Da, wo das Loch... Sorry, wenn ich dir die Drohne weggenommen habe, aber ich will gucken. Da bewegt sich was? Ja. Da ist er. Schieß! Ja! Komm nochmal! Ah! Geh in Deckung. Da, an der Treppe. Jetzt bin ich weg, aber den habe ich angehittet, der ist halb runter. Einer vom eigenen Trug verbleibt. One-Hit-Kill auf... Da ist er! Schade. Okay. Das kann nicht wahr sein. Der versteckt sich so ein bisschen halb hinter der Geisel. Das kann nicht wahr sein. Nein! Oh, schade! Schade, schade, schade. Wie kann der aus dem Vollsprint unmittelbar in die Schießposition gehen? Das geht doch normalerweise gar nicht. Und da... Wer denn? Was denn? Der hat an. Der ist gesprintet. Nee, das haben wir gesehen. Und dann auf dem Punkt stehen geblieben und geschossen. Also aus dem Zielmodus. Ja, I don't know, Mann. Das will ich jetzt aber wirklich mal hier... Ne? Wir sind... Das ist nicht unser Skill. Wir spielen einfach gegen verfickte Motherfucker. Verfickte Motherfucker. So schaut's aus. So gut waren die jetzt auch nicht. War 1-1 am Ende. Wir sind gut. Die Tüte sind geklappt. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Ultimate Comeback und dann gewinnen wir das Team. Ja, 3-2, 3-2. Egal. Okay, warte mal. Ich will mal ein Fenster, das Fenster reißen wir schon mal ein. Was sagst du? Ich war mal hier in der Tippe verliebt. Wegelchen. Ich bin mal kaputt. Wegelchen. Wegelchen wird das hinten immer kaputt machen. Pro Tipps. Pro Tipps von Zalrock für andere Spiele. Oh, Wegelchen. Ja, hier ist einer. Oh, Wegelchen. Hast du's? Okay. Nein. Hast du das nicht? Ja, klar. Passt auf, in wenigem in der Nähe von Monos sind und ihr die kaputt machen wollt. Ja, ja. Dann kann es schon mal passieren, dass man... Ja, dann schieß ich nicht mehr, wenn einer in der Nähe ist. Nicht mehr ganz so fit wie sie davor. Unterarbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Schön. So, ist schon jemand bei der Kamera? So, eine Rüstung. Ja, hier ist noch. Hat schon jemand die Zeit, Kamera zu gucken? Ja. Ich kann nämlich noch irgendwie Wände hochziehen. Eine draußen ist schon tot. Kannst du hier auch eine vormachen? Nee, ne? Nee, ich hab... Also, die hab ich gerade alle frei. Haben wir noch eine außen? Aber ich meine so richtige Verstärkungswände. So. Ich weiß noch nicht, wo es tatsächlich Sinn macht. Weil hier ist schon... Die kommen von hier da. Die schießen durch dieses Fenster da oben. Ja, ja, ja. Wow. Wie kann man denn da ans Fenster ran? Hoch rappeln? Wenn man gut ist. Wir sind auch mit da. Nein, ich kann sagen, die sind über mir. Kann man von daraus rein? Irgendwo ist was kaputt gegangen. Ja, bei mir. Hier. Okay. Da kann ich momentan nichts helfen. Ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, das ist ein Schild. Ich bin bei dem Mono. Scheiße, da ist ein Wägelchen. Der darf mich nicht sehen. Ich höre ein Schild. Ich höre ein Schild. Was? Was? Von wo? Von wo? Also, du nixst noch, ne? Da hinten, da hinten, da hinten. Einen habe ich. Du meinst da, ne? Ja, genau, genau da. Schild habe ich angehittet. Bin gleich tot. Bin tot. Flash, Flash. Danke. Danke für die Hilfe. Sauber. Ja. Links an der Tür steht noch einer. Da kommt der. Aua. Das war knapp. So. Nice Schild. Haben wir jetzt aber kaum mehr Glück als Verstand gehabt. Ja. Das Schild habe ich 20% runtergenommen. Dass der ein Schild da runtergenommen hat, das war echt Glück. Gut, hast du das Fenster? Nee, du riechst grad weg, ne? C4 bereit. C4, 60. Ja, ja. Komm rein. Das snappt mich, dass die hier durchgeht. Aber ich weiß es ist... Ach, scheiß drauf. Komm, 2 zu 1. Da muss die Geisel holen. Da muss die Geisel holen. Da muss die Geisel holen. Ich werde den Teufel tun und wir weggehen. Ich finde, ich habe eine gute Position. Es ist ein Sniper, also das... Von wo hockt denn der? Der hockt, ähm... Warte, lass mich... Draußen. Lass mich kurz steuern. Kamera. Ja, ich bin raus. Da, da hinten, der Flur, gerade durch. Da hast du doch diese drei Fenster, diese Eckfenster. Wenn es da lief, hat der mich gerade weggeholt. Der will da hinten, wollte er gerade rein. Da ist er doch. Da ist er. Markieren. Weiße. Ja, sag mal. Wunderschön. 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 Der P da war's. Dieses Holovizier ist echt Gold wert. Das ist gut, ne? Ich mag das auch. Ich hab davon abgesehen, dass ich erstmal die Wand kaputt gemacht habe. Ja, aber ich mag das auch. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Das ist vom Holovizier. Das ist der Spieler. Ja, ja. Aber der Holovizier war tot. Der Holovizier. Der Visier. Der Visier. Der Großvisier. Der Visier schwitzt nie. Der Visier wird nie müde. So. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät ist immer für die Schelf. In die Geschichten. Ihr müsst die Geige lokalisieren. Und schneidet das Dünnerfleisch. Immer gleich. Schweißfrei. 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 Wo, 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 wo? Der ist von oben gekommen. Oben ist Stacheldra. Ja, die sind auch oben. Fuck. Ja, ich hab sie. Schön. Nein, du kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Jawoll, ablägst du. Du warst rechts, mal hoch. Schön. Nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nein. Nein. Zehn Sekunden. Leute, hier zieht gerade einer an der Wand hoch. Nein, wir sind nicht. Ich hab's nicht gesehen. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Unters Bett. Da kann sie auch unter. Er ist. Sehr gut. Ich werde jetzt ein bisschen down. das war ich nicht dass die habe ich gecheckt dann nehme ich sämtliches lobe zurück da bitte ich drum ich bin tatsächlich auf sniper höhe auf der gleiche da wo du am fenster hoch ja ich habe einen gesehen schon aber der ist gerade weggelaufen das oder ist für mich allerdings gelaufen geradeaus durch etwas zu schnell geradeaus durch im zimmer und erst sieben aber die habe ich lange nicht gesehen ich hätte ich war noch darauf dass hier ist um mich umgelaufen ist klar es dauert auch voll lange das schild ich von hier aus glaube ich nicht machen zusammen zu klappen und wirst du nicht zusammen ja keine ahnung rené holen zwar links von dir ich weiß nicht ob da einer auf dem flur ist links da hinten ist einer im loch drinnen so weg damit ich bin hinter dir gleich knallt oh nice nice der ist gerade von mir aufgetaucht ja der ist nur injured ich habe zwei angenockt da liegen zwei halb tode drinnen im raum ohne schweiz ist ja schlag auf schlag ohne schweiz zwei halb tode drinnen mit der pistole und rené ist gleich weg wo ist der letzte da liegen zwei halb tode in dem raum wo denn in dem raum in dem geiselraum was ich glaube die habe ich beide angenockt ich habe beide auf jeden fall umgemäht ach wir haben doch bei der schweiz vertrauen niemals niemals kraft sanger wer hat denn rené vom tot fast gerettet ich genauso wie du das macht er noch wir haben das wissen ja ja das war schlecht ach jetzt klettert er wieder aufs nachbrauch das üben wir noch ja das machen wir gleich noch mal wenn der jetzt wieder da raus guckt dann so ein abgefuckter mafucker abgefuckter mutterfucker das ist geil das ist geil das war kurz vor gefährlich das war richtig schlecht ich habe noch zwei schuss ach leute ich gehe ich das ist ich gehe jetzt ich kann gehen wir hier runter ich gehe ich kann ich gehe ich dachte das hätte ich gerade kann nicht wahr sein lad doch mal nach du otto ich warte jetzt hast du das für dein feld zusammenspiel wir arbeiten dran ich mache das alleine 30 sekunden noch 30 sekunden noch ich fasse die zusammen so warte ich gehe da eben schade das war der typ den du dreimal nicht umgeschossen hast der dreimal nicht vorbeigelaufen ist der jetzt ungefähr noch 5 hp hat ich habe ich habe beide abgenockt aber ich habe nicht mehr gekriegt dass da ein dog drin ist ich habe ich sage jetzt einfach mal stellvertretend vielen dank fürs zuschauen das war nicht so gut das war nicht so gut war nicht so gut tschau tschau tschüss 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 tschüss